So, moin. Hallo. Gibt es aktuell schon Informationen? Ja, nein, nicht so viele Informationen. Also weder Standort, Anzahl noch sonst irgendwas? Irgendeine Polizei, Revierbrücke, aber wir haben ja zwei davon. Eine Geisel. Ich werde bei der Nordzentrale. Ja, oder die. Oder im Süden. Richtig. Ja, im Süden haben wir zwei. Direkt an Polizeihilfe. Deswegen fragen wir das gerade noch mal nach. Haben die schon eine Forderung? Kein Auroch oder sonstiges? Nix. Gut. Wir sind gerade noch oben, sich am umziehen. Kannst du mir noch einen Rangefinder mitbringen? Moment. Moment. Ja, der ist aber doch mal wieder weg. Du weißt noch nicht warum. Also ich habe jetzt geschrieben, dass es leider nicht möglich ist, dass ich alleine komme. Und dass ich nochmal, dass ich noch mehr Infos zu der Brücke brauche, dass es mehrere gibt. Und da gab es gerade einen Überfall auf Kollegen? Funkwechsel wird auf jeden Fall. Wow, haben sie jetzt auch noch Kopf gecapt. Wirklich? Hast du da was mitbekommen? Der, der hat gerade gesagt Funkwechsel. Wer hat gerade den Funkwechsel hier angesagt? Die Live-Stelle. Was ist vorgefallen? Der Kollege wurde gerade beim Tagestellentraub hochgenommen. Super. Welche waren das? Die sind schon neu. Okay. Es ist okay, dass wir zu zweit kommen. Er hat geschrieben, okay, aber ihr Kollege steigt auch raus und legt seine Waffe auf den Boden. Ich bin gleich da bis fünf Minuten. Einfach am Fahrzeug lassen die Waffe. Ich war gar nicht erst mitnehmen. Als Backup, ne? Brauchen wir halt jemanden. Ja, unbewaffnet. Also komplett unbewaffnet, wenn wir dann nicht hingehen. Das wäre der Schwachsinn, das war. Ich hole mal essen und trinken. Schau, check. Check. Schau, check. Hast du noch Informationen zur Brücke bekommen? Nein, ich bin gerade noch mal im Nachfragen. Schau, check. Weißt du, was ungeil ist? Ja. Wo? Ähm, Apfel mit parallel Salzstangen zu essen. Äh. Wie, Junge. Äh, warum macht man sowas? Ich habe gerade einen Apfel gegessen. Dann habe ich eine Salzstange gegessen danach. Es ist ein bisschen ekelhaft. Ach. Also ich habe ihm nochmal geschrieben. Das ist doch kleine Kinder-Bibis, wa? Ähm. Soll ich mich schon mal in ein Auto reinhocken? Nein. Warum? Willst noch einer rauchen, wie er eine halbe Stunde hat? Nee, fünf Minuten. 044? Da soll ich mich reinhocken. Da soll ich mich reinhocken. 044 0353. Das ist die südliche. Südliche. Ah, fack. 044, was war das letzte? 053. Ja. Was für eine Geisel handelt es sich? Ich reihe mich wieder das halbe HQ zusammen. Wissen wir auch nicht. Markiert. Ah, die. Gut, dann lass losfahren. Okay. Gut. Ähm. Hallo. Jungs, wo seid ihr jetzt? Marco. Ja, seid ihr hier bei der Versammlung grad? Draußen. Wo ist die Versammlung? Er kommt mal auf den Parkplatz hinten ran. Ich blut schon. Wer macht jetzt den Einsatz? Ich mach die. Okay. Ähm. Sala. Da stehen. Da stehen. Ja, ich hab dich gerade gefragt. Habt du ja? Wow. Wie hast du das hingekriegt, Kata? Fracht. Ähm. Hier. Klitschko. Übe. Was machen wir jetzt mit euch eigentlich? Ich bin natürlich auch am Bluten. Ich, ich koordinier es uns, ne? Oder wenn mal. Noch gab es keine Forderungen bezüglich irgendwas, ne? Das ist... Findet ihr das alles statt? Noch eine? Ja, noch eine machen wir nicht. Ich glaub daneben, dass er kurz warten soll. Das kannst du auch nicht bringen. Aber wir sind gerade bei einer anderen Geiseln aber beschäftigt. Ja, aber das interessiert uns auch keine Geiselnehmer. Wir können das nicht immer verschieben. Da müssen wir halt aufteilen, ne? Ja, aber wir können jetzt keine Mittel dazu haben, müssen die warten. Ich schreib denen das jetzt. Wenn er damit unzufrieden ist, dann... Ja, hat er halt... Ist halt unzufrieden damit. Welcher Kollege ist denn jetzt schon wieder... Ja, die haben an der Tanke einen hochgenommen. So, gut. Dann machen wir das jetzt schnell. Dann machst du kein zweitlich geiler da, oder was? Doch, die machen jetzt das. Ich könnte jetzt das nicht übernehmen, theoretisch. Aber dann haben wir keine Deckung mehr. Ja, dann splitten wir uns halt hier auf mit einem Zweier- und Dreier-Team, oder nicht? Dann geht das doch. Gut, es geht ja nur darum, ähm... Noch ist es ja keine offizielle Geiselnahme. Es wurde jetzt bisher nur gesagt... Zumindest das bereithalten, also... Ja, das wäre halt, ne... Wir können ja auch versuchen, die... Wo ist die Tankstelle gewesen, diese 10er? Wo waren die? Die war, glaube ich, bei Überfall. DP8. Ja. DP8 war... Was ist die Leitstimme von Heftim-Notcom? DP8? Ich glaube... Ich schreib mal, wie die Leitstelle anders wird. Leitstimme von Heftim-Notcom? Ich meine, im Grunde genommen kann auch... Einer von der FBI... Ich glaube, das sind vier Leute, glaube ich, drin. Keine Ahnung. Also, äh... In dem nimmt Praktik zur Zeit, ne? Achso. Wenn die das übernehmen... Die können sich jetzt splitten, ne? Also, die Absicherung ist so oder so. Der Tankstelle können wir ja ziemlich schnell klären, eigentlich. Was können wir ziemlich schnell klären? Der Tankstelle, das können wir klären, den Überfall. Das dürfte eigentlich ziemlich gehen. Theoretisch... Theoretisch müssten wir da eh entlang. Wenn wir von hinten kommen würden... Zu dem... Zu der eigentlichen Geiselnahme... Dann könnten wir eh über Harcourt dort fahren, über die Insel. Dann wären wir nämlich hinter denen. Das Ding ist, aktuell gibt es noch keine offizielle Geiselnahme. Es kam nur die Message für uns zu verfolgen. Was, die haben... Wir haben ihre Kollegen als Geisel. Wir haben eine Geisel, verpissen sie sich oder ihre Kollegen... Gut, dann hat höhere Priorität hat dann, ne? Unser Kollege natürlich. Ja. Ey, wir können uns ja dann auch splitten. Gut. Die sind schon vor... Dann würde ich sagen, wir splitten uns jetzt. Wie viel sind wir? Zum Glück. Gage, du übernimmst ein Fireteam, ich übernehme ein Fireteam. Oder besser gesagt, Partyteam. Dann übernehme ich das Team hier unten beim Beckmann, bei dem Überfall erstmal. Okay, dann mach ich das mit der Brücke. Er hat Erfahrung, äh... Scouter. Noch mal. Na der, der Scouter Erfahrung hat. Ich habe ja das große Ding dabei, dass wir, Entel, das sogar aus der Entfernung klären. gut dann morgen wir fahren auch mal mit was wir fahren mit komplett ohne blaulicht auch wieder den audi du übernimmst dein team sagt mir einfach bescheid ja ich sage die kombi was machen wir gesagt man bw steht da ich sag kurz noch alles 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 so mitbekommen was man jetzt machen wir haben dass ich eventuell einheiten von dem typen fernhalten soll von dem an der kopf also name ich bin gerade beschreiben ich kann nicht informationen im not erst mal die einheiten bitte nicht versuchen diesen schwarzen muss dann glaube ich war das zu verfolgen oder sonstiges sonst wenn die über die geister schießen wir waren über die mariana verarbeitungsinsel an wir kümmern uns um die geiselnehmer zu not auf der brücke und ihr macht die geist so wir rücken jetzt vor und fehlt noch einer vorgestern morgen scheiße die die Der letzte Kollege wurde wiedergefunden, wir sind gerade vom Oberstein gesammelt, komm. Donuts nimm einen Schott, hier ist noch ne weitere Person und die Geisel hat anscheinend keinen Ausweis mehr. Äußerlich gehts der Geisel gut, ist genauso wie beschrieben. Ja dann frag bitte noch den Namen der Geisel. Ja komm, wir sind an der Küste lang. Frischko, wo bist du? Am Storn. Name der Geisel, Ray Dawson. Ein Tango nur in Sicht, Kurzwaffe und ein Fahrzeug. Versuchen Sie alles zu markieren bitte. Ich bin jetzt bei dieser kleinen Siedlung hier. So wir versuchen es so, wir werden da auf jeden Fall, sobald markiert ist, werden wir versuchen da zu stürmen. Mit Flashbangs. Bleib mal hier auf Senpai. Morgen, wie lange brauchst du noch? Ah da bist du. Ray Dawson. Ray Dawson, ok hab ich so verstanden. Ok wir haben ein Tango in 230 Meter. Bist du da? So wir trinken jetzt noch mal Dings. Wurde mir gerade gesagt. Und äh kann ich dann los und das löse, die Lösemittel holen. So 200 Meter. Mach mal vorrufen. Krieg mal vor. Ja mach ich. Das sind die ganzen Tango so. Ja, in der Lagerhalle. Guck mal vor. Guck mal vor. Übergabe stand. Lagerhalle DPS 21. Das heißt die Brücke ist frei? Nein! Ok, habt ihr Sicht drauf gehabt? Also nochmal zur Info. Am DP 21 stehen zwei Personen, die Geisel und ein Täter mit Kurzwaffe. Plus ein Fahrzeug, anscheinend sei irgendwo noch ein Scharfschütze. Auf der Brücke steht noch ein Tango mit Esther. Du bist noch mit Geld. Warum? Ja, wir sind hier auch in der Nähe. Ich komme mich um die Brücke. Wie auch? Wo bist du? Ähm, naja, kann anfangen. Das muss nicht da werden. Wow. Okay, wo ist, wo ist? Wo ist man genau hinbelaufen? Morgen. Ich bin links von hier am Straßenrand. Donutzen? Bist du morgen? Hä? Du siehst es ja, wir müssen irgendwie von der rechten Seite irgendwie das Ganze bis oben laufen. Ja, wir können am Strand wieder laufen. Ja, wir können am Strand wieder laufen. Let's go. Wir laufen am Strand weiter. Wir versuchen das bis oben laufen. Hast du dir den Überblick geschaffen? Der müsste auf der Brücke stehen am FB-Auto. Ja, ich sehe ihn. Okay. Ich habe euch eine Rückenlegung gegeben. Okay. Ich brauche mal die Entfernung von hier aus. Ähm, wasch? Ich habe keine genaue Sicht. Gut, Gage, wir werden das jetzt so machen. Wir werden das jetzt im Laufen versuchen, von bestimmten Punkten anzukommen. Wir werden versuchen, dann direkt eine Flashbank zu schmeißen, sobald wir in der Nähe sind. Und nicht um tödlichen Zugriff zu machen. Wie viel Arschi? Wie viel Arschi? 590. Habt ihr das mit? Ja. Achtung, Achtung, Achtung. Gut. Äh, der Scharfschütze, könntest du ihn ausschalten? Check. Was für ein Scharfschütze? Ich. Was für ein Scharfschütze? Da fährt ein schwarzer Mustang weg. Das war einer, das war der. Ja, das war der. Also ist er aufgeflogen? Ach, Mann. Wo ist der hingeflüchtet? Der ist Richtung, Achtung. Süden, Süden, Süden. Haben Sie aktuell noch eine aktive Geisname, komm. Äh, check, wir bricht Mauer-Unterschriftung DP1-20. Ja, querfeld ein. Am, am, am Feldweg. Habt ihr noch was, Geiseln? Nimmt uns mit. Welches Fahrzeug war das? Das war ein schwarzer Mustang. Das ist richtig. So, ihm geht's gut. Äh, sag ich ein bisschen, wir sind geklebt. Alles klar, FB-Mail. Nimmt uns mit. Was mit der Geisel? Wo seid ihr? Ach so. Steht die Geisel noch bei den Pechern? Gage, wo bist du? Wir sind irgendwo Kölfeld 1 schon gefahren. Keine Ahnung, wo gar. Stark 1, ich lass es hier. Wir sind schon nur locker genug von euch weg. Wie viel haben wir hier drin? Wie viel? Hä? Lass alle drei hier rein. Guckt, dass ihr eine Brücke dicht macht, wir fahren zu der anderen, dann kommen die nicht weg. Warte eben. Keine Geisel mehr an DP21. Schubert Schlüssel eben weiter. Geisel ist noch an DP21. Ja, okay, wir nehmen die mit. Und Täter flüchtig im 76er von Mustang. Richtig. Check. Verstanden. Ah, der ist selber die Brücke gefahren? Ne, der ist querfeld 1 hier gefahren. Hier rechts. Ja, wahrscheinlich Rebellen-Dings. Ja, wahrscheinlich Rebellen-Dings. Aber egal, glaub mir, dann holen wir uns die dann. Habt ihr Schlüssel schon weitergezogen? Wollt ihr das wirklich riskieren? Ja, ich mache. Es muss auf jeden Fall, die müssen auf jeden Fall mit Streifen oder so die Brücke hinzugemacht werden. Dann müsste ich hier noch auf der Insel befinden, wo die Geiselübergabe stattfinden sollte. Was denn da jetzt genau passiert? Keine Ahnung. Mit was? Mit was war ich gerade? Ich hab nur Schüsse gehabt. Geilnehmer tot. Wir sind hier ein schwarzer Mustang. Wer war tot? Wir sind so ein alter Mustang, 1973. Und der Gesuchte ist auch ein 76er oder 2008er? Ich hab keine Information, Nudi. Ich muss doch hier irgendwas sagen, Alter. Ja? Was für einen Mustang suchen wir genau? Schwarzen? Ja, so einen wie ich hab oder was? So einen alten? Shelby oder GT? Ford Mustang. Nee, kein Shelby. Mustang. Das neue Modell. Verstanden. Wir halten Auge auf. Fliegen Sie auf das Rebellengebiet ab. In nötiger Höhe. Das ist nicht der Brücke, ist abgesperrt. Verstanden. Wie lange der nix hat, fahren wir hier rum. Donalds umschaut. Ja? Die Brücken hast du sind abgesperrt. Wir warten mal hier und wieder rücken. Die Brücken sind abgesperrt. Ich hab die westlichen mit den Kollegen, ja? Wir fahren zur anderen mal. Ja. Ich weiß, von uns fällt was? Das ist Shelby. Nee, das ist Shelby. Aber trotzdem, halt mal den mal an. Das ist Gage. Die Lass, Jungs? Ja, wir haben halt gedacht, der beste Typ. Nee, ihr sucht einen GT, den... Ja, ich weiß, ich mach mal. Warte, Kater suchen wir so einen, wie Gage fährt oder einen anderen? Einen anderen, ein Ford Mustang, dieser neue, oder was heißt Neuerer? Das ist ja ein normaler Ford Mustang, kein Shelby. Ja. Auf die Straße zurück. Hallo Tim. Zack. Ich kenn halt genau eine Person, die mit diesem Auto immer noch rumfährt. Ich? Achso, du meinst... Ja. Wenn es diese Person ist, die ich jetzt gerade im Gedankengang habe... Ich hab die auch im Gedanken. Die kommt nie wieder frei. Da, 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 da. Unsere Munition Brücken. Bleiben sie stehen. Wieder her. Stop the fucking fear. Ja, okay. Erstlich. Werden sie stehen? Check. Ja. Ja, wir sind drückt. Ich bin drückt. Ich bin drückt. Ich bin drückt. Ja, sowas schon. Wir werden uns da versuchen, so schnell wie möglich hinzugeben. Scheiß auf die Tankstelle, wir fahren da hin. Würde ich sagen, oder? Ja, ja. Wobei wir das wahrscheinlich nicht so schön hinkriegen. Höchstens mit Flasch sogar. Höchstens mit Flasch sogar. Overwatch von S.W.O.R.D. im Nordkomm Overwatch Shirt, komm Aktueller Standpunkt, komm Wir befinden uns an der Tankstelle an DP12, komm Also, dann könnten sie, wenn du mal rüberfliegen, auf gewisser Höhe, so der 390, komm Was bauen die? Was bauen sie? Was wird an DP12 benötigt? Nein, DP12 wird nichts benötigt 290, die Gute Fliegen Sie mal bitte zur Insel runter und halten Sie den Helienblick, wir müssen ihn kriegen Ähm, zur Information, zwei sind gerade runtergesprungen, die sind gerade bei uns und versuchen unser Fahrzeug aufzuknacken Äh, sie sind halt jetzt mit zwei Waffen, äh, mit zwei Sturmgewerben bewaffnet und einer hat einen Taser Ernsthaft, die Gute Das kann doch nicht sein Voll an, ey, wo befinde ich mich hier Drei Kilometer brauche ich noch Drei Kilometer brauche ich noch Ah, ich krieg die halt nicht safe von hier, das fackt mich so an Ja, das ist, vor allem jetzt wird es ungelöst, das ist sowieso dann sonst, aber Ey, jetzt kann ich meinen langen Streck diese eh vergessen Was sonst? Warum soll ich jetzt meine Waffen runterpacken? Geht direkt an der Tankstelle Fahr bis Ach, scheiße, ey, wie machen wir das? Wir könnten durch die komplette Stadt laufen oder wir könnten versuchen ganz schnell, ne, das kommt auch nicht Oh, ich würde mal hier abstoppen Tango ist nach der Tankstelle abgeriegelt Heli ist am Boden vor der Tankstelle, soviel mir zu beschehen Willst du hier aussteigen? Ja Scheiße Wir sind jetzt vor Ort, wir werden versuchen zirka in einer Minute vor Ort sein Was ist das, ey, warum packt alles immer? Die pflichten jetzt mit dem Mitsubishi Richtung Wetten Also nicht über die Brücke Holste Autokarte Ok Ok Also keine Tankstelle mehr vor Ort, ne? In der hat sich alle abgezogen Gut, ähm, Gage Willst du fahren oder soll ich? Momentan nicht, äh, fahre in der Momentan Richtung Linschaffen Ey, das gibt's doch nicht Ja, Gage, wo bist du? Komm her, komm Oh, Watch ist noch dran, so richtig, komm Äh, negativ versuchen Sind, äh, in der Baumgruppe verschwunden Auf Willst du da wirklich rein? Ja Ja, ich kau die aus der Luft jetzt weg Es ist Feierabend Ja, das, aber besser wäre zweifache Schusskraft Auf Halt, wir kriegen die mit dem Auto nichts Die sind weg Die sind in der Stadt Ähm, soll ich also fliegen? Was? Soll ich fliegen oder was? Ja klar Du kannst, du kannst sauber und glatt fliegen Du musst ihn aber noch reparieren Weswegen? Ja, nee, das hat sich ja ledig Sprit ist leer Geh rein Ich tanke jetzt gerade auf, aber das dauert halt ein bisschen Wo ist der Bargade, der Flüchtige? Gage, Kata? Wo ist der Flüchtige? Der Flüchtige? Ich bin von Lüccinhafen Meines Wessens Scheiße, die können aber auch über die andere Brücke abbauen Ja, check, check Die werden näher ein Luftfahrzeug raus holen Ey, Gage, gut, du kannst aber besser fliegen, ne? Ich kann nicht so perfekt fliegen, deswegen hab ich auch kein Swatchschein Kann zwar tätig sein. Kann ich denn nur kurz mal wieder einstellen? Ach ja, ich schreibe einfach mal zurück. Haben Tangos gesichtet am Flughafen? Flughafen. Stehen jetzt direkt bei der Garage gerade. Wollen wahrscheinlich ein Fahrzeug ausfahren. Ja, so verstand ein Sword ist unterwegs mit dem Hedi. Wir haben einen Helikopter ausgepackt. Oh, oh, oh. Auf, auf, auf. Des Weiteren wurde noch an der Chessler gerade ausgepackt. Gibt Gas und fliegt runter, oder? Oh ne, scheiße. Da ist der Hedi. Hedi startet jetzt. Na, ich kann nicht weiter runter zielen. Der Start startet ebenfalls. Hedi ist jetzt in der Luft. Nein. Hedi, weg die Zeit läuft, die ist doch vor euch. Ich bin auf der falschen Seite dafür. Ich. Ja. Great, got it. Dann haut die Chessler weg. Die habt ihr doch noch voll im Visier. Habt die mehrmal oder einmal getroffen? Ja, hoffentlich, warte weiter rein. Noch einmal getroffen. Da wird jetzt... Ich frage den Weg gleich. Ah, du machst ein bisschen. Rein denken. Ja, ist sauen. Wow. Nicht den Zettel. Was? Der ist... Der liegt da erstmal. Der war vor uns. So. Der Helikopter muss... Wo? Leicht rechts. Leicht rechts vor uns. Auf... 240 Grad. Ich hab ihn. 240, 240. Direkt vor deine Schautze. Direkt vor deine Schautze. Ja. Ach, da oben. Sag doch, dass er ein bisschen weiter höher ist. Ah, noch sind Rotom da. Da willst du noch tiefer gehen? Hey, übrigens ist der andere Polizei ein Helikopter, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Vorne ist ein Ziviler. Ja. Ja. Für uns. Guck mal, wir sind da ein Glas dran. Äh, ist das Wort noch um Schaut? Mhm. Die wollen 100 Pro zum Rebellengebiet. Und hier kommt es gerade relativ wenig. Nein. Ja, grüß. Gesaufen hab ich. Nix. Sah halt so aus. Wir haben die Chessner. Wir haben die Chessner. Wir haben uns da geschossen. Wir haben die Chessner. Oh, okay. Dann hat der Anfeuer vor. Äh. Ich hoffe mal, das ist Sache. Ja, sonst. Ja, ja. Geht auch tief. So dass er ein bisschen Gas bekommt. Weil es hat keinen Sinn. Und. Oh, geht auch. Oh, schüsse. Oh, geht auch. Oder? Doch nicht. Scheiße, 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 scheiße. Keiner sitzt. Oder einer. Keiner oder einer. Keiner oder einer. Oh, das ist Rebellenposten. Guck mal, da schießt vom Rebellenposten jemand auf uns, oder? Ne, ich hab auf den gekocht. Okay. Hat sich so angehört? Ich hab den Schalldämpfer untergenommen. Alles klar, die Chessner. Kommt das Ding her. Ja, natürlich ist die Chessner wieder abgehoben, oder? Brandi gar nicht, weil die in Baumspitzen ist. Ja, die war definitiv in den Baumspitzen. Und deswegen, also, die haben wir ja nicht gesehen, oder? Können wir die jetzt auch nicht für die Chessner schießen, also. Wobei. Sonst ist es sowieso. Ja, die Chessner ist wieder abgestürzt. Hopp, hopp, hopp. Wenn es überhaupt die noch war, ne? Der Kopter geht runter. Wirklich? Ja, da sind noch andere. Da sind noch andere Hauptmannschaften. Oh, fuck, fuck, fuck. Schieß den Heli doch nicht weg! Ja! Ja, sorry. Warte, warte. Ja. Habt ihr so? Ne, einen glaub ich, wenn überhaupt. Soll der Koffer liegen. Soll der Koffer liegen, das sollten dort liegen. Geht wieder ab. Ne, ist das der Weg, ne? Ah, fuck. Die gelaufen Person. Ist egal, die dürfen sie nicht sein lassen. Die können besser schießen, wie wir. Die können auch nicht schießen, wenn die wollen. Aber nicht, wenn es die sind, die wir schon eben, äh, die umgekommen sind. Das stimmt. Da hat noch jemand 5,5,6 Magazine. Er hebt nicht mehr ab. Ah, ja, warte, ich lege der Welch in 9. Also, wenn du noch über hast, ne? Ich hab 11 Stück noch. Na gut, halt anläuft. Ich füll mal meine eigenen. Ach so, HKW 16. Bringt mir nix. Ach so. Was hast du? Ähm, hier für der M4. Deine müssen auch funktionieren. Versuch mal reinzuholen. Ne, die funktionieren nicht. Ach so, du hast die, ja gut. Die von der M4 und die 416. Genau. Das ist egal, wir drehen jetzt eh ab. Ja. Wir hätten eigentlich auch landen können. Ja. Warum nicht? Gut, aber dann wär, weißt du, da wär's wieder so gelaufen. Da wär wieder irgendjemand Unbeteiligtes reingekommen, evtl. Da wär wieder Riesentheater. Einer überlebt von 4. Ja, aufm. Aufm. Aufm Sieler. Aufm Sieler. Aufm Sieler. Geh in Deckung. Ja, rottet die alle weg, Alter. Geh in Deckung. Geh weg von meiner Flinte. Ich geh noch rum Bin ich auch gerade auf dem Weg Ja super, jetzt ist die Tür vorne auf Ey, warum machst du hier so eine Scheiße Ich laufe vorne gerade Warum machst du das wegen einem Scheißfahrzeug Wir haben noch eine Geiselnahme Habt ihr den aus dem Diesel schon auf?